Kleine Wanderung auf dem Flugzeugflügel? Klar, zumindest wenn es nach dieser Passagierin geht. Die Dame saß am vergangenen Montag mit ihrem Mann und ihren Kindern in der Maschine vom türkischen Antalya nach Kiew. Doch das Flugzeug der Ukraine International Airlines hatte nach der Landung ein kleines technisches Problem, sodass sich der Ausstieg verzögerte. Zu lange für die Dame, die sich laut Fluglinie zuvor bereits über die zu große Hitze in der Maschine beschwert hatte. Kurzerhand öffnete die Frau die Notausstiegstür und schnappte frische Luft auf der Tragfläche. Erst nach mehrfacher Aufforderung durchs Kabinenpersonal kehrte sie ins Innere des Flugzeugs zurück. Allerdings hat ihre heftige Hitzewallung natürlich ein Nachspiel. Sie wurde auf Lebenszeit von sämtlichen Flügen der Ukraine International Airlines ausgeschlossen und möglicherweise winkt ihr auch noch eine hohe Geldstrafe.